hallo hallo hier ist smbx gaming mit let's play smbx level der ersten episode und ich habe nämlich nach einem tag sofort schon etwas bekommen und zwar von meinem partner da wie du zu lp und das spiel man mal und ich jetzt positiv und ich werde positiv oder negativ bewerten und es kommt und es hat mit meinem lieblings film zu burton's the nightmare for christmas zu tun und scheiße die musik muss ich noch mal raus und da ist es nicht mehr von mario und fangen wir mal an okay und wie findest du mein halloween kostüm ja das ist halloween hintergrund erwarte nichts großartiges von diesem game smbx gaming okay das ist italienisch meine halloween kostüm ist das beste ja ich habe mich als uhr verkleidet hast du schon angst ja nur noch ich bin ein chat okay hey mario ich bin bitte sucht er hat sich als mich verkleidet und zwei geister hat ihn entführt das gefällt mir man ich bin eine statue außer uns ist keiner da niemand muss sie sich hat in der verteilte süße so das saures kann mich der verletzten das sind unsere süßigkeiten nimmt die 1 kann ich nicht nehmen gegeben man raus ich habe ich eingefügt okay ding ich bin eine pflanze ich habe süßigkeiten die ich nicht nehmen kann ja ein gift pilz ja vielleicht hättest du den boden umändern können weihnachtsland geniale idee mit dem schnee auch es ist so viel arbeit mit dem custom graphics aber was wollte ich noch sagen ja genau der hintergrund würde ich vielleicht um ändern also sonst gibt es nicht christmas town es ist zu kalt es ist zu kalt aber weil ich cool bin habe ich ein kurzes t shirt an ok ok jojo hi 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 man da wie du zu scherb was nicht immer so sehr hi ja hi hi hu oh mr toad und peach brauchen hilfe mr toad und peach brauchen hilfe mr toad und peach brauchen oh fuck nicht dieser kackboss da hältst du vielleicht von ja wahrscheinlich okay danke du hast uns gerettet vielen dank dieses kostüm sich nie wieder an danke smbx gaming für smbx gaming von david zb warum ich hier bin fragst du nur so jo war schon mal ein ganz guter anfang bisschen mehr habe ich mir erwartet aber sonst passt ich mache es noch mal schnell schnell durchlauf vielleicht der boden etwas anderes und vielleicht halloween land vielleicht dass da hätten sich zwei level wirklich gelohnt also ja gut ja da hätten sich vielleicht zwei level wirklich gelohnt wenn du ein richtiges halloween level gemacht hättest und dann noch ein richtig schönes weihnachts level und so ein bisschen kurz ist es und auch sehr einfach dann gucken wir noch schnell darüber und die karte dass du vielleicht so in den wald machen müssen mit dem vier bäumen größen das so und die musik passt auch nicht da hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen beim soundcheck von 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 josh von dem spiel gesucht und da der hintergrund stört mich also wenn du da jetzt irgendwie einen schönen gefunden hättest du es mehr christmastown mäßig aussieht dann wäre das auch gut gewesen oder nacht hintergrund wenigstens weil es ist ja ein christmastown nacht wenn er da rein kommt ansonsten finde ich ganz cool das level es ist halt mehr so es ist mehr nicht auf gameplay ausgelegt sondern mir auch fahren ja genau wahrscheinlich was halt auch cool gewesen wäre wie eingefügt hättest du so es geht natürlich nicht das wäre wirklich zu viel verlangt vielleicht machte ich mir mal eine die mühe das zu machen ja 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 dann bedanke ich mir dass ihr zugeguckt hat bei der ersten folge von von let's player smb x level ich bedanke mich bis dann und ciao ja